Wie heißt das Mädchen, was ich in der Schule erinnere? Selma. Selma. Ich halte und du bockst dagegen, richtig wütend sein, nicht gegenhauen, das ist doch nicht boxen. Boxen ist so ein wechselnd sein, ja, und machen, ja, schneller, richtig wütend, jawohl, richtig grau, nicht von oben, gegenboxen, jawohl, weiter, ja, und da, komm, jawohl, da, ja, so, womit ärgert Selma dich, komm, weiter, mit der Schere, mit der Schere, also, dann los, gegenboxen, du lässt dich nicht ärgern, du wirst jetzt deine ganze gut hier raus, komm. So, ärgert dich noch niemand ein, das in der Schule? Schubst nicht, schubst nicht. Du schubst nicht, schubst nicht. Ja, lass doch mal den Vorken holen. Der kann auch nichts dafür. Und sonst, was ärgert dich in der Schule noch? Ich's gerne zur Schule. Und da ärgere dich kein anderes Kind. Nur die Sämme hat dich mit der Schere geärgert. Du bist immer ganz lieb in der Schule. Du bist immer ganz lieb in der Schule. Du bist immer ganz lieb in der Schule. Wie du kellst ni hingehen? Du bist immer hilfreich. Du bist immer hilfreich. Du bist immer hilfreich.